Wir begrüßen Sie recht herzlich hier in Willig. Hier haben wir ein ländliches Anwesen, was wir Ihnen präsentieren möchten. Dieser Hof ist von der Historie noch recht jung. Er ist von 1963. Er hat ein Haupthaus mit 206 Quadratmeter Wohnfläche und einer Nutzfläche von 1030 Quadratmeter, die sich verteilen über zwei Garagen und eine Scheune, sowie einen Kuhstall und einen Schweinestall. Zu diesem Hof gehören noch 27.425 Quadratmeter Grundstück. Beim Betreten des Hauses haben wir gleich linkerhand das Gäste-WC, rechterhand die Treppe, die uns nach oben führt und gerade gelangen wir in einen großen Wohn- und Essbereich. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 genau an dieser Stelle genau richtig.